Hallo und herzlich willkommen zurück zu DuckTales. Wieder in der Remastered Version. Ich habe Angst, denn es geht in den Himalaya. Was Himalaya? Die Himalayas? Wir werden sehen. Hat mich ja einige Nerven gekostet in der letzten Folge und euch wahrscheinlich auch, sich den Scheißer noch anzugucken. So, das skippen wir direkt. Okay, seid ihr bereit? Ich bin es auch nicht. Der Mondteam hat er ja, der Mondteam hat. Wir haben nur noch diese zwei Level. Mal sehen, ich habe überlegt, ob ich vielleicht DuckTales 2 in einer kompletten Streaming Session durchziehen soll und dann im Anschluss das Video schneiden und auf YouTube rausgeben wäre eine Option. Na, wir werden sehen. Reisen nach Himalaya. Die Himalaya Marmots. Ach, nicht diese Zeit, Wibby, Darlene. Ich brauche euch hier zu schauen, nach den Jungen zu schauen. Sonst weiß ich, was für die Probleme sie in den Fall sind. Oh, das ist sehr smart. Nichts, Scrooge. Entschuldige mich, Leute. Das letzte, was diese Expedition braucht, ist ein riesiger Mann. Ach, ich werde genug Probleme haben, nach dem Launchpad zu schauen. Wieso fliegt da Gobert jetzt? Da haben wir schon unsere kleinen Hockeyspieler. Ja. Entschuldigung, ich habe gesagt, in der Mitte der Mountain Range, nicht in der Mitte der Mitte der Mountain. Gee, Mr. McD. Ich dachte, das Crash war rock-solid. Die nur die Rucks hier sind die Inschuldigungen sind in Ihrer Hände. Ach, wir sind jetzt nicht in Shadow Pass und die Lost Crown. Jetzt fixe das Wreck so we can geteimert und stehe auf es, lad. Natürlich! Geh runter und bekommst es! Du wirst keine solche Dinge tun. Ich bekommst es. Du bleibst hier und versuchst nicht, dass es mehr Schmerzen gibt. Okay, du bist der Boss. Warum müssen sie gerade dieses Lied eins zu eins nachhaben? Okay, aber wenigstens sind die Ziegen hier nicht ungesiegbar. BAM! Keine Boss-Ziegen. Das ist gut. Gut für mich, schlecht für die Ziegen. So, ähm, schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, die Level-Designer haben sich an ihre Vorlage gehalten. Was sieht sich da noch aus? Wir müssen den Level gründlich durch... Okay, Level gründlich durchsucht, denn... Ah, da ist der Fuel-Regulator. Sehr gut. Hier, jetzt! Das nicht bemerkst! Ich brauche es, um meinen Flugzeug zu fixen. Stopp! Ach, es ist zu früh. Die Bande-Banditen haben sich entfernt. Ich muss diese Pfeile schnell finden! Man muss ja auch irgendwie begründen, warum ich alle Hasen töten sollte. Okay, verreck. Du hast nichts davon. Okay, dann töten wir jetzt erstmal alle Hasen. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Tja, ich glaube, er verliert auch nichts. Da ist kein Geheimgang, ob wir es danach aussehen, dass wir da eine... Na ja, gut. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal runter. Der Platz für wir uns! Er ist wieder weg! Sechs Herzen! Oh mein Gott! Stimmt, ich habe hier schon mehr Herzen gefunden, als am alten DuckTales. Allerdings, äh... Sieht das alte... DuckTales-Dings auch nicht so aus, als würde es Platz für sechs Energiepunkte hergeben. Schiss mit Spinnen. Okay. Stimmt. Jetzt kommt meine Kumpel hier. Hey, hey, hey. Bleib mal sportlich. Was gibt's denn für einen besseren Ort, äh... Um Hockey zu spielen, als im höchsten Gebirge der Welt? Oh! Oh! Geht ihr die Mighty Ducks? Ich meine, es gibt das Hockey-Team, die Mighty Ducks, und es gab die Zeichentricks-Serie, die Mighty Ducks. Hey, einen Teil haben wir schon. Sehr schön. Tja, Dargolard. Ach, so schlimm ist es doch nicht. Okay, also der Level ist hier nicht annähernd so schlimm. Ach, wo macht ich das überhaupt? So. Oh Gott. So knappe Sachen kann ich ja gar nicht ab. Oh, hey, hey. Quackawacka? So, jetzt kommt schon der Stein. Oh, nee. Das ist mal so... also leider... so gänzlich anders. Das ist mal so... also leider... so gänzlich anders. Okay, so... Okay, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall alle drei Teile. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zum Boss komme da durch. Und... Wie komme ich da links hin? Ach, okay. Schauen wir erstmal, wie es hier oben aussieht. Ach, schauen wir mal an. Okay. 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 Sehr schön. Ich habe die Laufe gefangen. Oh. Entschuldigung, ich kann nicht auffangen, das ist... jetzt mag ich es wieder ein bisschen mehr. Ich mag den Level trotzdem nicht, überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als im Original. Einfach ein bisschen sinnvoller. Wow, chill mal. Die Gegnerspawns sind einfach ein bisschen sinnvoller platziert. Die Ziege springen nicht mehr so hoch wie im Original. Das heißt, man kann die auch treffen. Und natürlich muss man sich nicht noch extra nach unten drücken zum Pogo-Jumpen. Das ist noch natürlich ein Pluspunkt. Das ist noch ein bisschen sinnvoller platziert. Your wanders never cease. Launchpad, das Krait ist fast sehr airworthy. Don't crack up, but you can't fix something, I always say. Any luck finding that fuel regulator? Ach, no. Some wee beasties ran off without in pieces. They've got to be down there somewhere. All right, but I'm gonna need it before I can finish any more repairs. Is there not something else to keep you busy while you wait? Nope. Good. Enjoy the downtime then. Gee, thanks boss. Because I'm stuck on your pay until I get back. Gee, thanks. Bisschen wie mein alter Boss. Naja. Ähm. Oh Gott. Okay. Ich denke mal, eins von den Bunny-Hisschen hier oben hat. Vielleicht den letzten Teil. Das letzte Teil. Die Kidder-Ziegen, ich sag's euch. Hast du recht. So. Schauen wir weiter. Das ist nicht schlimm. Hier geht's ja noch nach rechts. Das habe ich, habe es jetzt völlig ignoriert. Ach, die Seite. Schaut mal rein. Ach. Das musste passieren. Das Schöne an diesem Spiel ist, ich kann das Spiel laden, falls ich, äh, verpacken sollte. Okay, also, dass die Ziegen gefährlich sind, wusste ich, dass sie sechs Mord begeben. Wow. Okay. Ich wollte noch da runter. Oh, das war knapp. Obwohl nach rechts vielleicht ein Geheimgang noch übernäht. Nee, sieht nicht sehr nach Hause. Ja, sehr schön. Kuchen. Da freut er sich noch. Achso, die Teile sind ja markiert. Halt, hier war ich auch schon. So, dann gehen wir mal da unten. Schauen wir uns mal an, was da unten lauert. Uh, mehr Hasen. Da geht's übrigens runter. Aber ganz runter. Okay. Nee. Ich krieg mich doch am Arsch. Oh, ne Spinne. Spinne. Mit sechs Beinen und nem, äh, ja, nem Bärchengesicht. Und hier sind sie wieder. Die... Hallöschne Staraktiten. Okay, wir sollten jetzt eigentlich... Sollten das jetzt eigentlich Baba nähern. Out of this overgrown Icebox. Ärgerlich, dass jetzt mein, äh... Mein Dings... Oh Gott, oh Gott, ich hab's vergessen. Mein Dingsbonus gleich weg ist, äh, wieder weg war. Oh, wie gemein. Spatzle. Dann holen wir uns mal Baba dann. Cool. Wow, what happened? Scooge? Ooga, ooga. Scooge save Baba. Jagu-la. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Uncle Scooge ist hier, um Hilfe zu helfen. Scooge save Baba. Scooge save Baba. Scooge save Baba. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Baba? Ooga, ooga. In that case, follow me, lads. Waka, waka, it's a treasure. Ooga, ooga. Be cool. Oh. Oh. Bubba smash, yeah. Ah, Bubba. Oh, my God. Okay. Cool. Yeah. Cool gemacht. Auf jeden Fall. Ich frage mich natürlich, was mit dem Boss jetzt hier ist. Also, wenn man die Kisten will, muss man schneller sein als Baba. Das ist der Ende der Linie, Baba. Es ist Zeit, um dich zu der Zürich zu gehen. Baba, home ist gut. Kai, Launchpad ist wartet, um dich zu Hause nach Dutberg. Auf jeden Fall, jetzt. Süß. Also, Baba ist hier nochmal ein bisschen cooler als im Original. Aber es ist ja fast alles ein bisschen cooler als im Original. Ich freue mich. Also, das Remaster ist echt super gelungen. Oh. Ist jetzt irgendwie nichts, was man wirklich beanstanden könnte. Und der Soundbug war einfach nur witzig. Ich kann mal ruhig mal festhalten. Ich liebe so Bugs. So was passiert mir nur leider fast nie. Oh, da haben wir alle Teile. Ich nehme mal an. Wir haben ja Niki gesehen. Ich glaube, Niki wird jetzt noch von dem Mistvieh entflügt. Genau. Guck mal da oben. Oh, da muss ich hin. Entschuldigung. Es macht viel mehr Spaß, so ein Level zu erforschen, wo man nicht Angst hat, an jeder Ecke zu sterben. Wow. Okay. Hat mir was gleich passiert. Ich glaube, das war der kürzeste Level bisher. Das kürzeste. Wir haben uns gestern unterhalten, ob es der oder das Level ist. Wie sagt ihr denn dazu? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr überhaupt zuhört. Schaut überhaupt jemand zu? Ist mir egal. Ich mache es für mich. So. Jetzt haben wir es... Mörderziegen. Aber gab es da nicht diese 1 DuckTales-Folge, in der Nicky mit dem Yeti oder so Tee getrunken hat? An ihrem Tischchen mit allen Püppchen? Ich habe doch da irgendwas im Hinterkopf. Hier geht's, LoungePod. Gut als neu. Jetzt holt diese Bucke von Bolten zurück in den Skogen. Nur ein bisschen, Herr McD. Diese... Ordnung... Mach es! Oh oh! Das ist die Probleme. Webegale! Webegale? Was in der Welt machst du hier? Ich wollte den Kronen aufschrauben, Herr Scrooge. Oh, großartig. Jetzt muss ich dich für dich und die LoungePod. Aber ich kann helfen, Herr Scrooge. Du bist nicht wie die Zeigungen, nimmst du? Du denkst nicht nur, dass ich nur ein Tag-Agent-Tag-Alog bin? Du bist? Ohhhh! Wir sind bereit für den Laufthoff, Herr McD. Ah, nicht ein Moment, zu schnell. Strap in tight, Webby dear. Webby game? Seuss. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glumgo. Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot. Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Large party! Quack. Hier kommt ein 10-Megaton-Finder-Spie, MacDuck. Be careful, I'm a Scrooge. Komm mal, mein Mann, ein altes Duck mit einem Kahn. Spiel cool, cool. Nein, das ist cool. Ich bin ein Profit auf das MacDuck. Ah, genial. Was für ein... So süß. There it is. Shadow pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. MacD. Cheaters never win and winners never cheat. Tolle moha. We're close to that treasure now. I can almost smell it. Ha 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 ha. Wasn't me. Then what was it? Ha ha ha. That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go. Didn't worry, Lassie. Whatever's in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I have my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it better step aside. But I'm scared. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Stay with Launchpad. Gee, now I'm extra scared. Ha 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 ha. So süß. Krass. There's still a level behind the level. Yeah, that must happen. Hopefully we'll have a cookie. Or maybe we'll have a freedom. Oh, people. Das find ich nicht mehr lustig. Okay. Okay, okay, okay. Boah, was für Abgründe. Okay, hier kommt schon der Bossraum. Das ist kein ganzer Level. Oh. Ah, okay. Ah ja, sehr gut Ja, das war klar Ich hatte jetzt noch ein halbes Herz Ich musste jetzt sterben Okay, aber krass Der ist ja viel größer als im Original Nice Schnell Wie cool ist das denn? Jawohl Das macht echt Spaß Okay Der lernt auch nicht raus Okay Ah, ich nehme Schaden Der seinen hohen Sprung macht Und ich bin unten Und los geht's Oh mein Gott, ist das cool Das ist ein Bosskampf nach meinem Geschmack Und los geht's Sollte der letzte Hit sein Jawohl Jawohl Sollte es ganz schön Wenn sie ihn kennen Wenn sie ihn kennen Wabby Wabby You understand This creature? Of course, Uncle Scrooge, it's all in a Junior Woodchuck guidebook. What's she saying now? She says she's sorry if she hurt you. She's just upset because she stepped on a thorn. I can't get it out. A thorn? You don't suppose? Here's your thorn, Webigale. Ah, the last crown of Genghis Khan! The pretty crown! You found it! Hey, the poor creature was standing on it. Webigale, I can't thank you enough. I hope you can find it in your heart to forgive me. Without your help, we never would have found the treasure. Oh, and thanks to you too, ma'am. I think she likes you, Uncle Scrooge. Oh, that's odd. Usually it's me, the ladies go gaga for. Hey, well, let's get home before she grows any thunder of me. Es ist so niedlich, oh mein Gott. The last crown of Genghis Khan is mine, Lads. All it took was a bit of tenacity and perseverance. And a little kindness and patience. Right after Scrooge? Right you are, Webby-Darwin. Now, where is Bubba runoff to? Yeah, where is he? He was here a minute ago. Uh-oh. Why does no answer Bubba? He's over there having a tea party with Webby's toys. No? Bubba smash! Uh-oh, Webby. Sounds like Bubba's not getting along so good with your Quacky Patch dolls. You keep away from my dolls, mister! Ah, remember kindness and patience, Webigale. Set a good example for the lads. Well then, what treasure shall we look for next? Ja, es ist ja nur noch ein Treasure übrig. Es leigt sich dem Ende zu. Tja, ich seh ja nicht, was es ist. Sorry! Leute, das war... Das war... Das war cool. Das war einfach cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.